Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten CSGO Video. Es geht heute wieder um ein CSGO Tutorial und zwar um eine Gameplay-Analyse von Cash, mit der wir dann wahrscheinlich Cash auch wieder absch- Ah ne, die Nades fehlen noch, die normalen Nades fehlen noch. Aber ja, erstmal die Gameplay-Analyse. Ich hab hier was kleines für euch aufgenommen, das hab ich eben gemacht. Und es war ein, ich hab's laut genug, ja, es war ein verschissen, ärgerliches Spiel, aber perfekt für eine Analyse. Es war so sackschlecht, es war widerlich. Ich, jetzt nicht zwingend von meiner Leistung, ich mein, ich hab auch nicht immer geile Dinge gemacht, aber es, ich, er seht's jetzt, ja. Naja, also, erstens mal hab ich direkt am Anfang in Beelgo angesagt. Keiner sagt irgendwas dazu. Ich lauf los und bin nur mit Orange da. Die oben haben mich gespottet, da auf, ne, auf dem Boost. Wissen also, dass ich da bin. Okay, ich hab also ein bisschen rumgeguckt, Orange hat auch schon rumgeballert. Ich glaub, da ist auch einer gefallen. So, somit bin ich entdeckt und drei von uns waren ja noch Richtung A unterwegs. Ich wollte dann auf A verschieben, aber das war, war Quatsch. Er hat mich verfolgt. Ich hab so ein bisschen damit gerechnet oder drauf gehofft, dass Orange, er ist ja mit mir draufgegangen, eben voll für Ablenkung sorgt und vielleicht auf ihn schießt, der mir hinterher rennt, weil er ja noch eben bei Toxic war oder in der Nähe von Toxic. Aber da war wohl noch ein Zweiter. Also, da hab ich einfach die Übersicht nicht gehabt und bin blind links irgendwo reingerannt, was schon mal sehr schlecht ist. Ihr solltet grundsätzlich, auch wenn es sehr schwer ist, vor allem eben auf einem niedrigeren Rank, weil man da auf andere Dinge noch achtet, ihr solltet grundsätzlich auf eure Umgebung achten, auf euer Radar gucken und wissen, wo eure Mates sind. Das müsste eigentlich immer drin sein. Natürlich schaut man gerade als Anfänger eher auf sein eigenes Movement und auf das Aiming, aber auf DMG, LE und so weiter geht man darüber hinaus. Da ist das nicht mehr dieses Wichtige, weil da hat jeder so ein gewisses Grundaiming. Da geht es dann mehr um, fuck, jetzt wurde ich eben angerufen, sorry. Also das Brainplay ist irgendwann das Wichtige. Das Kennen der Map und kleine Feinheiten zu erkennen im Gameplay selbst, wie zum Beispiel eben natürlich einfach aus dieser ganzen Situation herauszulesen, dass da einer hinter mir ist und ich den abknallen muss oder abknallen sollte jetzt demnächst. Die Flash war natürlich Premium, eben wurde noch mein Mate von dem gekillt, ja. Also man fängt schon langsam an zu merken, vielleicht, dass die Teammates wirklich schrecklich unkommunikativ waren beziehungsweise in ihrer erfundenen Sprache gesprochen haben. Und ich sage es hier an der Stelle einfach einmal und reg mich dann gar nicht mehr drüber auf. Sprecht bitte nicht, und das ist an jeden gerichtet, der kein Englisch spricht, sprecht nicht eure verschissene Landessprache online beim Gaming. Sprecht es nicht, sprecht ausschließlich Englisch. Kein Deutsch, kein Polnisch, kein Russisch, ich will diese ganzen verschissenen Sprachen nicht hören. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil dieses Spiel so in den Arsch gelaufen ist, weil keine Kommunikation stattfand, beziehungsweise nur zwischen einem Paar und ihrer behinderten Sprache. Ich habe mehrfach an sie herangelabert, dass sie bitte Englisch sprechen sollen, weil ich sie nicht verstehe, ich weiß nicht, was sie sagen, und die haben immer nur gelacht. Wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass es wirklich eine harte Nuss sein kann, seinen Rank zu behalten oder auf einen gewissen Rank zu kommen im Solo-Q, wenn man mit Pech gesegnet ist und ständig solche Runde am Start hat. Aber genug aufgeregt. Ich habe immer wieder versucht, irgendwas anzusagen, aber es ist nie jemand mitgekommen, beziehungsweise nicht in dem Maße, wie es erforderlich wäre. Ich habe A-Rush, B-Rush angesagt und sie haben es nie gemacht. Einem wird jetzt ganz schnell klar, vor allem in dieser Runde jetzt hier, glaube ich, ja, da haben wir den ersten Full-Buy, ne? Dieses Team ist komplett unfähig, T zu spielen. Es wird nie gerusht. Diese Mates wollten jedes Mal, ich habe ja wieder was angesagt, dass auf A lang im Moment keiner ist, dann habe ich aber da links, glaube ich, doch einen gesehen, oder? Ja, doch nicht. Ja, da war einer, da doch einer. Den habe ich nicht gesehen, den habe ich vermutet, weil da so lange nichts war. Und ich dachte, Moment mal, das kann nicht sein, da muss einer sein. Und somit war der eben down. Ich habe gesagt, Leute, lasst uns auf A gehen. Jetzt aber mit Schmackes, ne? Es sind nur noch drei, wir sind fünf. Das heißt, und das darf man wirklich nicht vergessen, man muss dann ran. Es ist auf Silver noch zu verzeihen. Selbst auf Gold würde ich noch sagen, okay, gut, dann rennen die halt auf der Map rum, was soll's. Aber es ist immerhin DMG. Und da kann man nicht rumdöden wie solche Eier. Guck mal, Grün steht da unten rum. Purple ist gerade unten in Ding gestorben. Wo war der Connector? Nur Blau ist mit mir auf A gegangen. Wir waren eben noch fünf, jetzt sind wir drei. Ich weiß nicht, wo Orange ist. Ich glaube, Orange ist komplett hinten. Was in dem Fall nicht zwingend schlecht ist, weil er kann da jetzt von hinten aufräumen. Aber das hätte viel früher stattfinden müssen. Es sind zwei gestorben bei Connector. Das ist doch... Ja, der wird jetzt natürlich genutzt. Ich versuche hier noch wegzunaden, habe mich dadurch aber verraten, für den, der von Short kommt. Und der hat mich dann ziemlich schnell umgemacht, weil ich den Flick nicht hinbekommen habe, da an den Kanten. Das ist wirklich eine meiner großen Schwächen. Wenn ich sehr close an der Kante stehe und jemand läuft komplett rum, ich kann das einfach nicht. Das ist eine sehr große Schwäche von mir. Man hört, sie labern irgendwas, keine Ahnung, was sie wahrscheinlich gerade eben erfunden haben, die Sprache. Es ist ziemlich retardend. Ich will mich aber nicht weiter darüber aufregen. Es war ein B-Rush angesagt, also von mir. Und Orange hat okay gesagt. Die anderen drei gehen so wie jede Runde auf Mitte und stehen da rum. Sie vollziehen nichts. Sie führen nichts durch. Sie stehen da einfach nur. Das heißt, sie haben das Brainplay eines Dreijährigen. Sie wollen sich Stück für Stück erkämpfen. Sie gehen irgendwo hin und bleiben da stehen und warten. Ist ja jemand, ne, vielleicht kommt jemand, ne. Und dann gehen sie einen Meter weiter vor und so gehen sie ganz langsam durch die gesamte Map und versuchen alle zu killen. Aber dafür sind sie rein aimtechnisch einfach zu schlecht. Und deswegen kriegen wir die ganze Zeit auf die Mütze. Ich habe versucht mit Orange da irgendwas auf B zu machen und habe da ewig lang gehofft, dass der Sack in Toxic kommt. Aber er kam nicht. Es war da jemand da, der close stand, da wurde ich direkt genudelt. Bei einem Rush ist das eine andere Sache. Da ist dann direkt jemand da, der ein Refrag macht. Da kommen welche von Short und so weiter und so fort. Man muss sich umstellen. Und ich habe mich dann langsam aber sicher darauf umgestellt, dass ich langsam spiele und einfach nur versuche auf Kills zu gehen, um so irgendwie die Runde ins Positive zu ziehen. Also, dass ich zumindest Kills für sie vorbereite und so weiter und so fort. Obwohl sie mir da auch das Leben wirklich schwer gemacht haben. Aber das sieht man ja gleich. Ich habe hier versucht, ziemlich schnelle Peaks zu machen. Also immer wieder aggressiv ranzugehen. Schnell um die Ecke zu gehen mit AD. Immer hin und her. Und habe geguckt, zumindest wenn ich komplett da war, dass ich nur von einem Spot aus sichtbar bin. Und dann weiter mich öffne zu den anderen Spots. Man sieht ja schon wieder, was los ist. Guckt euch jetzt mal die Karte an, wo sie stehen. Einer ist auf B. Der andere steht hier und blau ist da hinten. Wir waren da vorne. Die Bombe ist down. Mittlerweile kommt jetzt der Kollege von hinten, was an der Stelle, also jetzt gerade, gar nicht so übel ist. Aber natürlich ist es im Gesamten ein totaler Reinfall. Das ganze Team wurde allein gelassen und macht nur noch diese One-on-One-Situationen, die uns natürlich nicht weiterbringen. Also, die bringen vielleicht mal kurz was. Also, für eine Runde oder so. Da wird hier ein nice try gesagt und so eine Scheiße. Ist ja, er ist so sackschlecht. Er hat so lange gewartet. Er hat jetzt noch nicht mal seinen Mate unterstützt, der von hinten kam. Spätestens dann müsste man sagen, so, meine Mutter schafft zwar an, aber ich muss trotzdem jetzt endlich mal irgendwas machen. Ja, und jetzt läuft halt einfach die Zeit ab, schlicht und ergreifend. Der andere kam von hinten, da hätte man dann sagen müssen, hey, ich bin jetzt gleich hinter denen, komm mit ran. Ich schieße zuerst von hinten, die drehen sich um, dann schiehst du von vorne. Haha, das wird so geil. Aber nein. Der Schritt ist schon 6-0. Die Laune, er schreibt hier nice try. Lächerlich, ist echt lächerlich. Die Laune sinkt natürlich in den Keller, also ist bei mir sehr in den Keller gesunken, weil ich sofort dachte, super. Also, eigentlich müsste ich mich freuen. Das ist wieder das perfekte Beispiel dafür, für diese Rank-Geschichte. Aber ich habe mich nicht gefreut. Wie gesagt, ich habe mich dann einfach angepasst an das Play meiner Mates und habe mir gedacht, so, ich mache jetzt langsam. Beziehungsweise jetzt, wo sie endlich mal auf B gehen, renne ich dann mal zu B und mache was. Also, es ist ohne irgendeine Ansage, ohne irgendwas, gehen sie jetzt diesmal auf B. Also, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass jemand was callt. Vor allem, dass jemand was Sinnvolles callt. Und das ist eine der wichtigsten Sachen, grundsätzlich callen. Ihr müsst callen auf Englisch und ihr müsst zuhören, was die anderen sagen und fertig. Ja, da wollte ich mir jetzt noch den Kill snacken. Der war eben im Window und da war mir aber klar, dass er natürlich jetzt runter geht. Der war nicht mehr zu sehen. Er versucht sich bestimmt irgendwas zu snacken, um dann wegzurennen. Und da wollte er sich die AWP holen. Da habe ich ihn gepimmelt. Das war jetzt unser erster Sieg. Und den haben wir geschafft, indem wir mehr oder weniger auf B gerusht sind. Ab diesem Moment dachte ich, jawohl, vielleicht sind sie geheilt. Vielleicht sind sie einfach nicht mehr querschnittsbehindert, sondern wissen jetzt. Da haben gemerkt, hey, wir können ja einen Rush machen und das geht saugut. Wir sind ja fünf und auf dem Spot steht vielleicht nur zwei oder so. Voll der Vorteil, aber nein. Ähm, ja. Da musste ich halt einfach mal regeln und habe auch, ich verrate euch einfach, easy das Ace gemacht. Weil meine Leute zu nichts fähig sind. Der eine rennt mir sogar noch vor. Also, es sind da zwei und er steht rechts neben mir. Er könnte von da mitschießen. Aber er geht direkt in meinen Schuss rein. Also man hat es ja eben gesehen. Das ist so dumm. Später wurde ich auch mehr oder weniger geteamkillt. Aus Versehen, weil sie einfach bescheuert sind. Die Leute, die hören nicht zu. Den habe ich jetzt zwar nicht gut geholt, aber immerhin habe ich ihn dann doch geholt. Und ja, was soll's. Er hätte mir eigentlich einen Headshot verpassen müssen irgendwann. Aber er hat es nicht hinbekommen. Da habe ich Glück gehabt, dass er mich nicht getroffen hat. Man sollte doch meinen, dass jetzt in dieser Runde, ja, sie haben ihre Eco jetzt verbraucht. Okay, wir haben den Eco-Rush aufgehalten. Das heißt, wir könnten jetzt ja auch einen gemütlichen Rush auf B machen. Die Runde davor wäre auch ein Rush gegangen. Meistens Rushen die Cities auf Mitte. Das heißt, die wären dann, wenn überhaupt, von hinten gekommen. B wäre frei gewesen und wir hätten sofort gemerkt, ah, die stacken A. Beziehungsweise haben ja eine Eco, wenn man mitzählt und mitrechnet. Somit werden sie wohl von hinten kommen. So, ich versuche jetzt mit ihm hier wieder. Also Orange war der Einzige, der auf mich gehört hat, wenn ich irgendwas angesagt habe. Der Rest hat noch nicht mal Ja oder Nein oder Irgendwas gesagt. Die waren einfach still. Das heißt dann in so einem Moment, dass ihr wirklich versuchen müsst, mit dem auszukommen, was ihr habt. So, alle sind tot. Hinter mir ist einer, der jetzt die AK von dem Kollegen hat. Und die oben wissen mittlerweile jetzt auch, dass ich ja da stehe. Das heißt, hier ist 100 pro einer Close und das war der Close Boy. Dann habe ich hochgemollied, weil ich dachte, da wird der Nächste kommen. Und wollte dann den da unten natzen. Aber ich habe gehofft, dass er noch closer ist, weil ich ja eben sein Mate gekillt habe. Dachte ich, er ist schon so bei der Tür, kommt gleich rein. Da hätte ich ihn wahrscheinlich genatzt, aber so eher nicht. So, ich gucke nach den Cash. Wir haben ganz gut Geld. Ich habe auch gedroppt. Leider den Fall schon, aber das habe ich dann noch richtig gestellt. Denkt da auch immer dran. Auch wenn eure Mates behindert sind, nicht mitspielen und so weiter. Wenn ihr könnt, droppt den Leuten, weil eine Waffe ist immer hilfreich. Eine extra Waffe ist immer gut. Runde 10 und sie haben immer noch nicht gemerkt, wie wir eigentlich spielen sollten. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben, an sie hinzulabern. Ich habe denen dann mehrfach erklärt, dass doch ein Rush sehr, sehr gut wäre. Hat doch eben geklappt. Aber es kam keine Antwort und somit mussten wir halt eben behindert spielen. So eine Runde dürft ihr trotzdem nicht aufgeben. Ihr müsst einfach versuchen, damit klar zu kommen und das Beste daraus zu machen. Da fragt mich der Mate an, weil er nicht wusste, dass ich da komme. Er hat scheinbar keinen Radar. Vor allem müsst ihr in dem Moment wirklich denken, auch wenn es vielleicht eingebildet klingt, die anderen können nichts. Sie haben nichts drauf und ihr müsst das irgendwie versuchen zu regeln. So gut es eben geht. Ein paar schöne Headshots drücken und so weiter und so fort. Dass ihr zumindest als Einzelperson ganz gute Stats habt. Damit diese Vollidioten euch nicht so sehr reinreißen. Also in den Downrank. Ich habe hier mehrfach wieder gesagt, Leute, auf Ice and Kill gefallen. Wollen wir nicht vielleicht irgendwas machen? Und jetzt kommt Grün, einzeln wohlgemerkt. Ja, jetzt geht Blau hin. Purple steht unten irgendwo. Warum auch nicht? Blau ist tot. Und auf Lang ist jetzt auch eben gestorben. Sie sind alle schöne Einzelfights gegangen. Jetzt haben wir endlich mal so eine Art Beerush gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich sie dazu bringen konnte, dass wir jetzt zusammen gehen. Mal schauen, was wir aus der Runde gemacht haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Also Blau wird hier, glaube ich, genau. Blau wird ziemlich schnell genatzt. Er ist halt durch die Smoke gegangen. Da hat man natürlich den Nachteil. Wahrscheinlich wollte er, dass Grün ihm hilft. Aber Grün hat sich einfach nur an die Ecke gestellt und camped bei Belong. Jetzt kommt, glaube ich, gleich einer zu mir. Ne, doch nicht. An der Stelle musste ich jetzt ran. Denn Grün ist schon sehr weit vor. Und ich muss jetzt Druck machen. Wahrscheinlich ist der Spot frei, weil Grün da schon so weit vor war. Und das hat auch gestimmt. Der Plant muss durch. Und hier war auch schon klar, dass es natürlich ein easy Sieg wird, die ganze Schose. Was haben wir großartig gemacht? Nicht viel. Eigentlich war das gar kein richtiger Rush, aber die Cities haben schlecht darauf reagiert. Sie hätten viel schneller verschieben müssen, um das auch richtig aufzuhalten. Weil wir ja doch stark am Zögern waren. Der eine stirbt, dann kommt langsam Grün auf den Spot, dann komme ich langsam und der Rest stand nach dem Spawn. Auf Long ist jemand, der ballert da ordentlich rum. Wir haben den Connector-Spieler gekillt. Irgendwo hier auf Short muss noch einer stehen, vielleicht sogar Toilets. Das heißt, ich peek hier einfach mal rein. Ich habe jetzt etwas zu weit geguckt. Also eben hat man es gesehen. Ich stand hier schon zu weit. Kriege ich es nochmal hin? Ich hätte hier eigentlich stehen bleiben müssen an der Stelle. Schaut mal, wo mein Crosshair ist. Also ich meine, gut, Mitte könnte man machen, weil ja auch links einer stehen kann. Also dann ist man wirklich schnell auf beiden Seiten. Aber ich mache sofort diesen Schritt hier hin. Ich habe noch nicht mal richtig geklärt. Und schon mache ich den Schritt hier hin. Hier könnte dann auch schon jemand stehen. Macht den Fehler nicht. Also ich habe mich dann extra jetzt an der Stelle nochmal verbessert, um es euch zu zeigen, wie man es macht. Man pickt erst in einen Spot und danach pickt man weiter. Playground wird jetzt hier angesagt. Playground wurde mehrfach angesagt. Ich höre Playground. Okay, gut. Ich drehe mich dahin um. Ich gehe hin und gucke. Und grün gibt mir den Headshot des Todes von hinten. Er hat die Situation viel länger im Auge gehabt als ich. Und er schießt auf mich. Dadurch war ich natürlich sofort low. Er hat mir nämlich 50 oder so gegeben. Da. Äh, 51. Drei. Er hat mir drei Headshots gegeben oder so. Mit seiner, mit seiner verkackten CZ. Zum Glück hat er die Runde dann wenigstens doch verwandelt. Also von daher. Naja. Ich spekuliere jetzt hier einfach mal, dass, ähm, ich spekuliere jetzt hier einfach mal und sage, dass wenn wir jedes Mal gerusht wären, dass wir dann wahrscheinlich das Scoreboard umdrehen könnten. Also wir hätten Minimum neun Runden geholt. Minimum. Schon wieder das Gleiche. Es ist jedes Mal dasselbe. Diese drei stehen da oben. Orange da und ich da. Ich bin jetzt nur dann immer defensiver und ziehe mich auch wieder zurück, wenn da nicht direkt was ist, was ich snacken kann. Weil es keinen Sinn macht, mit einem Team einen Kill auf B zu holen, das nicht nachzieht. Die kommen ja gar nicht. Guck mal, die sind immer noch da oben. Die gehen auch nicht weiter vor. Die decken immer noch. Die gucken rum. Also es ist so reines, um jetzt nicht so hart zu sein, Minimum-Goldnova-Verhalten. Ich weiß nicht, wie die an den DMG gekommen sind, geschweige denn, äh, LE oder was sie waren. Das ist lächerlich. Ich meine, das, was ich hier mache, ist jetzt auch nicht so optimal. Da kann man maximal dem Timing die Schulte in die Schuhe schieben und mal im Aiming. Weil er mich halt einfach zuerst angeschossen hatte von hinten. Ich hatte dann Glück, dass es kein Insta-Headshot war und hatte nochmal die Chance zurückzuschießen. Aber dann hatte ich wiederum kein Glück, den Headshot zu landen. Ich hatte nicht so eine Situation wie er, sondern ich war eben dieser City in der Situation. Dumm gelaufen, da kann man nicht allzu viel gegen machen. Außer das Spielgeschehen eben noch besser zu lesen und zu wissen, dass von hinten einer kommt. Wie gesagt, ich hab's ja auch diverse Male gemerkt oder mir schon denken können, wo die Feinde stehen. Aber da eben nicht. So, sie haben jetzt die Runde hier geholt. Sehr unspektakulär. Einfach dann mit Masse drauf, wie man's eben macht. Als Tee verschissen nochmal. Die Übermacht. Und da ist auch schon die letzte Runde angebrochen von Tee. Ich werd dann auch hier einen Cut machen und erstmal nur die Tee-Side-Analyse hochladen, weil es euch sonst zu lang weht. Ich kenn euch doch. Ich kenn euch doch. Alles über 10 Minuten ist für euch schon... Und 15 Minuten ist... Und deswegen versuch ich, das so kurz wie möglich zu halten, indem ich es teile. So, schon wieder. Also einfach nur, dass ihr seht, diese Parallelen. Die drei machen nie was Neues. Orange macht auch nie was Neues. Es ist immer dasselbe. Wir verlieren 9-5. Und sie machen immer das Gleiche. Ich mein, ich kann verstehen, wenn man immer das Gleiche macht, wenn man eine gewinnbringende Strategie hat. Ich versuch halt fast jede Runde irgendwas zu deichseln, dass ich ihnen zuarbeiten kann. Dass wir irgendwas machen können. Ich labere sie an und sage, lasst uns doch dies machen, lasst uns doch das machen. Und sie lachen nur. Jetzt mollieren sie mich auch noch. Dankeschön. So, der auf B ist gestorben und mein Plan war es, dass ich jetzt hier ganz gemütlich warte, bis der auf B eben pusht und ich ihn dann schön killen kann. Aber er ist nicht gekommen. Ich bin dann doch mal runter und dachte mir, vielleicht kann ich ihn ja natzen. Und dann war da eine AWP, der ich leider am Kopf vorbeigeschossen habe. Mittlerweile kommen sie auch von hinten. Das hätte man natürlich ahnen müssen, aber sie haben es nicht geahnt. Ich habe es extra gesagt, dass sie hinten gucken sollen, aber es guckt keine Sau. Es war praktisch ein Spiel, bei dem ich alleine gegen fünf Leute gespielt habe, mit vier Leuten, die mich ständig runterziehen, beziehungsweise mich zumindest nicht unterstützen. Immerhin konnte ich hier jetzt eben schon mal 35 Punkte holen. Und ich wollte, oder mein Ziel war es dann mindestens 50 Punkte zu erhaschen, damit ich diesen Loose nicht so hart reingedrückt bekomme. Weil ich ja gerade auf DMG bin und ich kann auch nicht noch weiter... Hallo, hallo, hallo. Ich würde gerne mal wieder auf ein LE verschissen nochmal. Meinetwegen auch Lem. Komm, lass es Supreme sein. Aber nicht Doppel-AK. Und letztens war ich kurz auf Doppel-AK. Ich war für einen halben Tag auf Doppel-AK, ne? Ist eine Schweinerei. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr noch Fragen zu speziellen Situationen habt, die ihr jetzt hier gesehen habt, dann könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren stellen. Und sonst könnt ihr euch schon mal auf die nächste Runde freuen, und zwar die City-Hälfte. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.